Ich glaube, die Tante hat Ihnen davon berichtet. Ich gedenke, zu heiraten. Ich hörte davon. Und wolltest du gleich nicht glauben. Ich bin dabei, mich in sie zu verlieben. Es mag seltsam klingen, aber ich suche nicht eine Partnerin fürs Leben. Sondern fürs Sterben. Sind Sie krank? Ich verstehe Sie, Asin. Lieber, empfindsamer, guter Mensch. Dann darf ich Sie um etwas bitten? Aber ja. Würden Sie mit mir sterben wollen? Ja. Er deprimiert mich. Du scheinst ihm aber zu gefallen. Ach, wo? Möchte ich sein? Dort im ruhigen Tal Schweigen Schmerzen Was tragen Sie denn in diesen Köfferchen? Pistole? Ich fange Schmetterlinge. Sterben muss doch wohl jeder für sich allein. Daran können auch Sie nichts ändern. Oh doch. Wir werden sehen. Der nächste Veraning. Dort möchte ich sein. Frühj